ich bin nämlich Pokémon Master ja ja Skritchell ach jetzt ach so so kann ich die Spitznamen geben ich nenne es kennst du erst mal ich nenne es ich nenne es wie nenne ich denn mein 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 Skritchell Skritchell ne ich nenne es Big Daddy ok passt sogar jetzt hab ich Big Daddy was ein Typ das ist fröhlich hat okay hat Defense hoch und Spezial Defense hoch und Spezial Angriff hoch aha und es hat man kann hier schön die dv sehen es hat hohen Spezial Angriff aber keine 31 das ist schade ok kann ich das aus zu ziehen kann ich nicht ja Ability Torrent oh in Pinch ok Tiny Turkey Pokémon wenn die Tweet Tricks es ist ja nicht in Tweet Schell jetzt kürzt Outwatcher mit Vigorious Force und plus ein Verteidigung ähm Rifter auf Levitin und 13 Wasserpumpe oder Aquaknarre keine Ahnung ja so ist die Attacken so und dann kann ich eigentlich weitergehen wo bist du denn gerade im Labor oder aber ich beworbe mir grad den vorgelegt ja ich hab grad nichts verstanden ich beworbe mir grad den vorgelegt ach so ok so kann ich das eigentlich umstellen meine 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 Kontroll Key A ist auf A ich hab aber Key A auf Enter Alter Alter ich weiß nicht das oh Control ja äh mir ist grad aufgefallen wie viel Auto man für 2000 Euro kriegt ganz toll Game-Nue F10 High QI Screenshot ich tu jetzt das auf Enter o o da hat das jetzt was gebracht ich weiß das gar nicht kann ich das da noch umstellen T T T T F äh keine Ahnung ob das jetzt was bringt auf jeden Fall werde ich hier noch durch die ganzen Straßen und alles L ach das war nacht als ich gespielt habe deswegen war das dunkel Mauer und schon gedacht erwähnt was mein Spiel noch ein Taubsee mein Gott äh schläft das Taubsee also läuft das cool los Big Daddy setz Blubber ein jo schläft das ist ja cool das kenn ich gar nicht haben Jubeläu gemacht hast du dein Pokémon jetzt wirklich Big Daddy genannt? ja ist doch kein Problem oder? dieses Mal schenke ich dir die Namensrechte nächstes Mal schuldest du mir äh 20 Euro das werden wir sehen ne ich klack das Geld ein wenn es sein muss die Musik bebt ach kommt den Kampf mache ich noch immer eben schnell i i das ist eben so wenn man nicht zu sagen hat dafür mal zu singen ja auch damit ja auch damit ja ok wenn siegst du doch was nein nein mir war es gesetzlich verboten das muss was heißen ja auch so der Nürnberg ich bin vor der Stadt also vor vor Dings den Toren wo man angefangen hat der Stadt ok kehrt kehrt zu den Anfängen zurück kann ich noch mal auch machen kann alter ein warum ein ein wie hieß das Katerpie einfach Katerpie komm schon komm schon ich will away safely ich geh jetzt mal vor das Labor wenn die Steuerung gehen würde also und jetzt geh ich mal rein wo bist du denn sprichst du gerade mit Eich oder nee sollte nicht äh du musst schon mit dem sprechen den Pokédex zu kriegen dann hab ich ja schon achso und jetzt bist du wo wieder einer anderen Stadt was so ja super bin ich eben kurz zurückgegangen äh ich hoffe nicht komme ich kann ich mich von denen weglaufen yes nee 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 die Musik ne ist echt schlimm zum Glück höre ich die nicht ich ich habe ich eigentlich schon Pogba bekommen ich weiß es gar nicht wow 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 hast du denn schon Pogba ja ich hab ein nicht die Bälle die mach ich auch nicht die Musik ist auch schon so derpy bin immer wieder erstaunt wie du denkst da bist du ja habe ich gerade auch gesehen da wurde ich angegriffen da wurde ich angegriffen von einem schlafenden Taubsee wie auch immer das möglich ist schlafwandler ich weiß nicht wieso aber da wo wasser ist dürfte eigentlich kein wasser sein ach ich kann da drauflaufen wird okay wie heißt der bett mutigen okay anscheinend hat er sich verschrieben ja ich fühle mein pokémon auch perfekt hier hau 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 ich weiß gar nicht wo ich jetzt hin muss ich gehe einfach mal zum arena leiter hau heu mhm der müsste ja auch irgendwo hier irgendwo sein ich will nicht mit dem sprechen weil der ist blöd so jetzt gehe ich mal hier rüber da hin und dann da hoch Unlocked äh ok was war das denn ich hab hier ist überall Wasser ok da kann ich nicht lang ich auch nicht lang da ich kann ich dann die kann ich auch nicht lang und kann ich denn lang die anscheinend kann ich auch nicht mal weiter nach oben wo hat er denn was denn los alter das spiel leck bei mir die ganze zurück gesetzt wie soll ich denn nochmal spielen anscheinend darf ich da noch nicht lang ich weiß gar nicht wie ich wo es weitergeht ich glaube man da zur seite geht dann kann man gegen den anderen kämpfen den anderen trainer den rivalen und es gibt hier ein menschen zu fangen das weiß ich noch ich bin drücke dann sprinte ich das auch schon mal gut zu wissen jetzt renne ich noch mal zu ihm zurück es ist laut spiel 22 30 aber es ist gerade aktuell ach komm ich spreche einfach mal mit ihm das kript ist müssen ja das ist schon mal gut zu wissen wie ich noch mal hoch kann ich denn drüber schwimmen anscheinend schon aber da kann ich nicht lang okay du bist du gerade ich bin jetzt zurück im bestritt ich bin auch hoch in den Wald vielleicht kann ich ja ich bin jetzt im wie hieß die stadt der tania city bald ich kann man sehr schön dass die man mit trainieren weil ich sie sind sehr viel kiefer pokémon 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 rick würde gerne kämpfen aber ich sag so rick tut mir leid ich muss jetzt dein horn rio ertrinken man bist so nett ja die schöne in den ohr stechende musik läuft die war früher mal besser naja alles war früher besser am pokémon nie also die neuesten edition sind die besten editionen ja ist ja ist so neben technischen fortschritt auch auch von der story her und alles das jetzt kommen jetzt jetzt kommt schon das nervt mich an feuerrote blatt grünen es dauert immer so mega lange bist du gerade daran gelaufen ich brauche mehr level kauf dir welche ich habe nicht genug geld ich habe gerade machen hat 52 heute eine menge so endlich mit ihm viel gekriegt erst mal kriegt man bieten der werbe auf level 9 und ich hab den er sagt nicht die 72 das ist doch schon mal ich habe einen typen ausweichen ok was ist das Antidot ok was passiert wenn ich hier lang gehe ok jetzt könnte ich noch gegen den Typen gegen ich brauche pokémon stärker damit ich die alle besiegen kann und du bist einfach vorbei gelaufen super ja ich brauche noch eben ein bisschen auf welches level ist dann wo man da 10 ok ich weiß schon genau welche pokémon ich haben will aber bis ich die kriege kannst du auch ein bisschen dauern ich bin ich bin ich auch gleich level 10 noch die ist eine pokémon und dass der beacht mein gott ich kann ein ich habe keinen kühlmann da ich kann die alle nicht sofort besiegen ich hab's dir gesagt nicht wir halt ja das unsere duelle spannender sind ne am schlimmsten wäre wenn ich jetzt dieser Samen genommen hätte denn das hat eine Schwäche gegen Käfer Pokémon und komm schon Luba Luba ist zu Tode jetzt kommt noch einer und das müsste es gewesen sein ok so jetzt müsste es verletzigen sein und das ist der witzige und das klären mit keine ahnung was das ist es ist eine es ist eine unnütze Attacke die ich irgendwann schon wieder verletzt wer lernen lassen würde und weiter geht's nein und noch ein kopf aber die pokémon lasse ich auch nicht alle einfangen wie hieß eigentlich nochmal die die letzte entwicklung davon ja